Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 17. Mai 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1196. Heute mit den folgenden drei Themen. Onkyo, Renault 8 und NFC Kasse. Ja, es sind nur deren drei Themen, relativ wenig, aber ist halt so. Es ist am Ende oder vielleicht auch noch nicht. Aber der Audiospezialist Onkyo, welchen ich auch in meinem TCL-Fernseher drin habe, der soll anscheinend pleite sein. Man hat das Insolvenzverfahren gestartet mit 3,1 Milliarden Yen, das sind knapp 10 Millionen Euro, soll das Unternehmen in der Kreide stehen. Nachdem, vor ein paar Jahren ist es jetzt schon her, die letzte Übernahme nicht geklappt hat vom Mutterkonzern, welcher unter anderem auch, das Name mir jetzt nicht mehr in den Sinn kommt, aber der unter anderem auch Denen übernommen hat und Marantz, wenn ich mir richtig im Kopf habe. Ja, die Übernahme hat nicht geklappt und deshalb ging es wahrscheinlich unter anderem auch noch weiter nach unten. Ich bin mal gespannt, wo das die ganze Technik und die ganzen Patente von Onkyo Schlesendich landen werden und was daraus passieren wird. Ich möchte es in meinem Fernseher zumindest nicht vermissen. Am 23. Mai 2022 soll es soweit sein, dann soll anscheinend, das hat ein Weibo-Chat, zumindest Rauspost-Sound, soweit sein und Oppo soll sein neues Renault 8 oder besser gesagt die Renault 8 Serie vorstellen. Das ist das Renault 8, das Renault 8 SE sowie das Flaggschiff, das Renault 8 Pro. Ich bin mal sehr gespannt, erste Zahlen oder wie gesagt Eckpunkte, Fakten etc., wie immer Gerüchte, aufpassen, haben sich ja schon bestätigt oder eben auch nicht. Es ist von Qualcomm Snapdragon 7 in der Generation 1 die Sprache, gleichzeitig soll aber bei den Pro-Modellen auch oder ist bei den Pro-Modellen der Mediatek Dimensity 8100 im Rennen. Wir werden sehen, zum einen, ob das Datum wirklich stimmt, obwohl das ist in den letzten Jahren immer relativ zuversichtlich gewesen oder genau gewesen, wenn es da eben über Weibo, über die gewissen Kanäle gegangen ist und natürlich eben, wie das Gerät selber schlussendlich ausschaut. Ich bin gespannt. Dann das dritte und somit letzte Thema. Apple hat ja im Februar schon angekündigt, Tap-to-Pay zu bringen. Das soll ermöglichen, die Bezahlung von allem Möglichen einfach direkt mit dem iPhone. Das heisst, man braucht nicht mehr diese Dongles unten dran von den ganzen Herstellern von Square und so weiter. Nee, man kann jetzt direkt quasi die NFC-Karte, also die NFC-fähige Kredit- oder Debitkarte ans iPhone halten und dann damit bezahlen. Es soll ja diesen Frühjahr noch in den Staaten starten. So war es damals zumindest angekündigt worden. Jetzt gibt es die ersten Field-Tests, die eingeführt werden. Nicht fleckendeckend, sondern in ein, zwei Läden. Dazu gibt es auch schon Videos. Funktioniert recht einfach und simpel. Und das Interessante könnte sein, vor allem auch für die Web-Bewerbsbehörden, Apple öffnet sich da für andere Hersteller, für Dritte etc. Das heisst, man könnte auch mit einem Google-Pay-fähigen Smartphone sich dran halten und dann damit bezahlen. Oder eben mit Stripe etc. Also weil eben das Dritte abwickeln wie Stripe und so weiter. Ich bin mal gespannt, ein erster europäischer Partner gibt es auch schon aus den Niederlanden, Adyen, wie man es ja auch immer ausspricht, eine Händlerplattform für Firmenkunden. Ich bin, wie dieses Vorschung angedeutet, sehr gespannt und freue mich, wenn das Ganze kommen wird. Zu guter Letzt habe ich euch in die Shownotes auf daily.geekdog.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens noch einen kleinen Artikel gelegt, der neu auf dem podgipsy.ch-Blog online gegangen ist. Das Wo-Ist-Netzwerk, was es genau ist, ein bisschen erklärt, auch mit diesen Air-Tags etc. Wer sich da mal einlesen möchte, Link wie immer in den Shownotes drin. Viel Spass dabei. Und ja, dann war es auch schon wieder mit heute. Bis bald, euch einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.